herzlich willkommen zu einem neuen video im letzten video haben wir die tab con 1 anlage komplett auseinander genommen und haben gesagt dass wir jetzt erst in diesem video zu dieser ecke hier laufen werden verworrenes herz wir sollen hier zum versammlungsort des herren zu laufen das ist irgendwie hier schon vor uns noch eines wird das fall ich habe ich bin einmal tatsächlich komplett hochgeklettert weil ich neugierig bin oben gibt es ein skill punkt die leute die es haben möchten hochklettern macht spaß das bild ist bisschen tricky aber es geht einfach eine wurzel entlang hochlaufen ich kann euch sagen welche es war die könnt ihr immer so hochlaufen dann macht ihr so eine runde dann geht ihr auf die zweite wort dann geht ihr von hier zack 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 hoch wenn ihr von oben runter spricht dann könnt ihr tatsächlich man kann ja ich kann nicht rufen man kann aber wenn er wenn ihr runter fällt könnt ihr auf haar drücken und dann rettet euch euer ekran aber er fliegt dann direkt aus diesem gebiet raus was sehr witzig war das ist ein bisschen dumm von mir ich bin einfach gelaufen dachte ich muss klettern aber das ding ist einfach hier unten ich bin sonst hochgeklettert wie dumm kann man sein ich darf davon ausgehören ja es muss ja kompliziert sein scheißdreck schaut doch einfach auf die map was das ich dachte es macht schaden aber ist nur niedlich so gleich da ich bin angekommen und und was ist los ein trauriger öder ort kam unser clan wirklich hierher alles ist voller jawel und nichts wächst achte kurzpunkt hat man die gosche jetzt gerade was macht unser normalen langen bogen macht du willst mich verarschen das dauert aber bis er nachwebt aber trotzdem nice nehmisch was kostet hier ein pfeil zu erstellen hat er einfach 108 da richtig wild so hinweise 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 okusinofi was sind das überhaupt noch eine popuna irgendwas wo sind hinweise ich hasse die sind meist suche das glaube ich etwas umbomherziger griff lang bogen das ist glaube ich direkt was für das ja schwachstellen schaden was haben wir jetzt ja alles gut sander macht bisschen mehr schaden egal so was haben wir noch wieso habe ich noch keine hinweise gefunden nervig wo sind die hinweise ich habe das gefühl dass wir noch nicht am ziel waren er hat sofort angefangen zu reden und jetzt weiß ich nicht wo wir hingehen müssen das könnte echt sein ne also hier hat er angefangen zu reden aber hier sind keine hinweise das ist aber doch ein hinweis für mich ist die pflanze die kennen wir schon weiß was was das gehen wir mal dahinter ja man oder noch nicht leute wollte mich verarschen hier ist doch nichts da ist was endlich da sind felsmalereien und kinderspielzeug fühlt sich so seltsam vertraut an das muss der sadentoo versammlungsort sein ich erinnere mich felsen geschmückt mit unseren geschichten die figuren tanzten im feuerschein ja was noch diese dinge zu berühren als würde man die vergangenheit greifen ich wäre so gern dort okay 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 das ist ein hinweis gewesen hinweise sind easy aber man muss die nur finden man muss nicht verbinden oh da ist was nice wieso habe ich es davor nicht gesehen ich habe etwas wundervolles gefunden was denn geschenke der kametiere wunderschöne artefakte die anderen clans haben uns immer abschiedsgeschenke gemacht als kinder waren wir sehr neugierig darauf ich wünschte ich wüsste das noch jetzt kommt irgendwie aufeinander auf sind anufis am pullen unangetastet in körben sie haben also nicht mal die medizin benutzt die sie uns geschenkt hat ja weiter geht's feinden schön dass es markiert ist ehrlich gesagt ich bin sehr froh darüber es ist ein waffenkugel geile waffen die e und sarintour haben hier gekämpft nur das ist der ort den alma meinte die sarintour waren hier ja jetzt gibt es nur noch überreste unseres klans ja babbel mal schneller hier was denn los mit dir ich suche weiter okay das haben wir schon mal abgeschossen erinnere dich daran was am liebkreis passiert ist äh ja das ist die nächste markierung beobachten meine decke sie riecht nach ihr es ist die nächste markierung das ist die nächste markierung Ich weiß nicht, warum. Ja. Gut, du sollst! Du bist so schön, wie du amartiest. Du bist so schön? Du bist so schön wie ich weiß. Ich weiß nicht. Du bist so schön, wie du bist. Du bist so schön, wie du willst. Du bist so schön. Oh nein, die werden angegriffen. Lord, ich... Wieso ist alles wieder weg? Erinnere mich wieder. Was meinst du denn? Ich lag in den Armen meiner Mutter. Sieht ja ganz anders aus wieder. Die Decke riecht noch nach ihr. Sie hat mich darin eingewickelt. Ich sehe es vor mir. Wir haben bei unseren Eltern gespielt. Das letzte Mal, dass wir zusammen waren. Ich habe es in meinen Träumen gesehen. Ich war nie glücklicher. Ja, glücklich. Ahabri war da. Oh, red mal schneller. Und dann gelächelt. Doch dann hatte sie Angst. Schützte mich. Es wurde dunkel. Wir müssen wissen, was dann geschah. Ja. Und Alma? Was ist ihre Rolle bei allem? Sie hat sich zu verantworten. Aber erst sollte ich Anufi sagen, dass sie die Sarentou nicht vergiftet hat. Es war die RDA. Und jemand von den Kametire. Endlich werden die Kametire von diesem Verrat befreit sein. Wann gilt dasselbe für Alma? Finde Okulindenhöhlen. Gott sei Dank sind wir fertig. Oh mein Gott. Wo ist das? Welche Höhle? Eine Sekunde. West. Karte anzeigen. Hier? Kann ich da nicht schnell reisen? Doch kann ich. Gott sei Dank Leute. Das hat mich gerade genervt. Weil er so abgehackt gesprochen hat. Nach jedem Satz eine Pause. Was soll das? So, bist du okul? Keine Ahnung wo der ist. Ich glaub das hier oder? Du bist zurück? Ich dachte schon der Yahweh hätte dich erwischt. Es hat funktioniert. Interessant. Ja, hat es. Aber was ist hier los? Alles ist schlimm. Sie befindet sich im Kreis der Ahnen. Dort sucht sie. Und jeder fragt warum. Und Mokasa. Langsam. Wer befindet sich im Kreis der Ahnen? Anufi. Sarentu zu sehen. Dich. Lebend hat etwas in ihr erweckt. Sie ist in Ewa. Durchsucht ihre Erinnerungen, warum du lebst. Seit Tagen. Es gibt Neuigkeiten. Vielleicht hatte Mokasa recht. Sie war zu zerbrechlich. Aber dann sah sie dich und ich dachte es wäre das Richtige. Okul. Es gibt Beweise. Ich habe die Tränke gefunden. Verschlossen. Und Reste der Himmelsmenschen und Waffen. Sie haben die Sarentu getötet. Nicht Anufi. Besorgniserregende Neuigkeiten. Und so erleichternd für Anufi. Ist das wirklich wahr? Ja. Das ist es. Mokasa. Er wird zurückkommen. Wir müssen Anufi rechtzeitig warnen. Schnell. Ich bin hier im Kreis der Ahnen. Ok. Da ist sie ja. Lass sie. Alle. Seht ihr nicht, dass sie erschöpft ist. Anufi. Kehr zurück. In die Sicherheit deiner Einsamkeit und Meditation. Anufi. Hör mich an. Du hast die Sarentu nicht getötet. Du steckst voller Lügen. Himmelsmenschen taten es. Wäre es nur wahr. Aber ich sah das Gift. In ihren kalten Händen. Die Lippen. Schwarz. Nein. Hier ist es. Ungeöffnet. Es lag bei den Kugeln der tödlichen Waffen. Kind. Woher wusstest du, dass es harmlos ist? Unsere Leute waren schon immer heiler. Daran habe ich stets geglaubt. Voll süß. Du hast die Beweise gefunden, die mich verdammten, Mokasa. Boah, ich wusste, dass es ein Arschloch ist. Zeig es. Anufi. Glaubst du das denn wirklich? Ich bin dein Berater. Und du bittest mich. Das ist keine Bitte. Ja. Kann man so Gedanken lesen oder was ist das? Ich habe genug. Mokasa, du hast die Sarentu aufgegeben. Ihre oder unsere Kinder. Ich hatte keine Wahl. Ich trug die Last. Ohne Kontakt zu Eiwa. Um unsere Wahrheit zu verbergen. Und jetzt das? Du hast Zweifel unter uns gesät. Unseren Traditionen. Ich war dein Retter. Du hast sie getötet. Einen ganzen Clan. Unsere Freunde. Mokasa, Eiwa und der Kreis der Ahnen verstoßen dich. Falls du dich weigerst, werden wir's wissen. Nun verlasse den Clan. Voller Schande. Was ist mir grad aufgefallen? Was ist mit ihrer Hand los? Ihrer rechten Hand? Was? Ist einfach eine Wurzel da reingemacht oder was da los? Bist du ein Baum oder was, Anufi? Der Glaube an unsere Traditionen ist nun wieder hergestellt. Sie werden in dir weiterleben, Okul. Heute sind wir voller Trauer. Aber dennoch werden wir deine Krieger heilen. Ich zeige euch, wo sie sind. Wir wissen es. Wir sehen uns dort. Ja, Mann! Ich dachte, die zeigt gleich den Mittelfinger, ey. Jetzt aber zackig, ey. Ok, Quest abgeschlossen. Kametire tritt dem Widerstand bei. Nice. Ja, dann denk mal nach. Abgeschlossene Nebel. Endlich. Was haben wir hier? What? Was haben wir da bekommen, Alter? Mein Gott, was haben wir da gerade bekommen? 157er. 53er. Aber trotzdem total. Nur noch Wildtierschaden. Schusswaffensschaden. Ja, das bleibt auch. Aber wir sind auch 14 hochbekommen. Wenn wir gerade so geile Sachen bekommen. Die Dinger müsste ich irgendwie noch verbessern. Wir sind immer noch bei 70. Aber sonst sind wir echt wild unterwegs. Vielleicht gibt es hier noch mehr, was man looten kann. Ich habe gar nicht so geschaut gehabt. Naja. Da oben ist es, glaube ich, noch eine True, oder? Ne. Oder was ist das? Nix. Gut, Leute. Was muss ich dazu sagen? Wir haben jetzt hier noch eine... Quest. Ich weiß nicht. Ich schaue mal ganz kurz wie lange die mir auf. 17 Minuten. Komm, wir machen das noch. Die Entschließungen. Zack. Du bist so cool, oder? Ne, du bist hasst du. Oh. Mürischer alter Mann. Überschwingen. Oh. Kurzbogensehnmut. So. Was ist das? Explosionsschaden. Ne. RDA-Schaden ist schon besser. Also macht es doch Sinn, mit den Leuten zu reden. Was kann ich bei dir empfangen? Was möchtest du denn? Hier. Langbogen. 117. Also ganz ehrlich. Oh, Leute. Was ist das? Ich nehme das mit. Und den Schwärmbogen nehme ich auch mit. Zack. Was haben wir noch so? Schleichsschaden. Äh. Aufeinanderfolgende Treffer. Das hört sich gut an. So. Leute. Was passiert hier gerade? Ich glaube, ich gehe wieder auf Lammbogen. So. Zack. Okay. Weil 117 ist immer noch mehr als 108. Oh, das Ding war für Kurzbogen gewesen. Nehmen wir auch einen schweren Bogen. Zack. Okay. Gut. 117, 162, 108. Eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich mein Sturmgewehr ersetzen soll mit einem Kurzbogen. Weil ein Kurzbogen macht tatsächlich mehr Schaden als ein Sturmgewehr. Ja, aber mit Sturmgewehr habe ich mehr Kraft anscheinend. Okay. Oder ich ersetze das Ding hier. Das benutze ich eh nie. Die. Hm. Okay. So, wo bist du? Dei. Ich checke immer noch nicht wo ich nicht schauen soll. Bist du Dei? Eine Siegerin. Weg. Mal eine Siegerin. Wieder eine Quest bekommen. Interessiert mich aber grad nicht. Ich will Dei finden. Bist du Dei? Du hast uns von seinen Lügen dieses Getöse und Gepolter von der Lüge. Ah, ich sollte mit ihm reden. Ups. Das will ich nie wieder hören. Hölle der Ahnen. Wo ist sie? Da unten, oder? So sehen wir uns wieder, Freund. Ich sehe, du bist bereit für die Rückkehr. Dein Herz ist entschlossen. Eine bemerkenswerte Entschlossenheit zu heilen. Das muss ich erst wieder lernen. Mich so um meine Leute zu kümmern, wie du es tust. Sorge dich nicht um deine Freunde. Die alten Wege werden sie erneuern. Wie kann ich helfen? Ich hole meine Werkzeuge, doch dich lockt die Jagd. In diesem Gebiet leben mehr Hirsche. Ihr Leder und ihr Fleisch sind für wahr sehr nützlich. Doch das Fett dieser Wesen ist ein wahres Geschenk. Der Hirsch muss friedvoll aus diesem Leben wandern. Okay. Fische Fischsuppe erhalten. Jage einen Meerhirsch. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wieso sollen wir jetzt eine Meerhirsch jagen? Was für eine Scheiße. Weiß Moos, Waldbiom des verhangenen Waldes. Biom auf Kateranzeugen, Mais. Ah, hier. Okay. Ist doch hier, oder? Ich muss mal hier die Map aufrufen. Ja, okay. Wir sind im richtigen Biom. Unsere Flamme ist gewachsen. Oh Gott, Alter. Wir gehen hier mal auf die Jagd. Priya, die Kamet-Tiere wollen uns helfen. Ihre Zahi ist unterwegs zu euch. Anufi. Sie kommt hierher? Jetzt? Oh, das ist großartig. Oh, das ist großartig. Oh, das ist großartig. Wir haben hier durch. Rimella und Noor sind nach Vorräten suchen gegangen. Aber, äh. Ich bin auf dem Rückweg. Ich muss nur etwas für Anufi finden. Sind es die Tiere? Es gibt eine bestimmte Tierart. Sie sagt, sie kann helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da draußen. So, wo ist diese verdammte Tierart? Bist du das? Was ist das? Ne, das ist ein... Fliegefisch. Was ist da vorne? Oh, nee. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. In der anderen Richtung ist bestimmt was. Ich habe keinen Bock, da hinzulaufen, glaube ich. Wie groß ist das Biom? Groß, okay. Kann ich mich irgendwo hin teleportieren? Nein. Komm. Egal, wir laufen einfach mal. Ich überlege gerade, ob ich einen schweren Bogen ausrüsten soll. Was? Okay. Ich glaube, das macht Sinn. Ich habe einen schweren Bogen. Schwerer Bogen, Kurzbogen, zack. Was ist das? Hörst du mich? Die Kammeltiereheilerin ist hier. Wow. Anufi. Ja, natürlich. Sie ist sehr außergewöhnlich, oder? Sie kam hier so... Reingeschwebt. Ja, da ist sie. Dadurch suchen wir. Sie hätte unsere alte Basis sehen sollen. Diesmal wird es anders. Es geht bergauf. Wieso rennst du weg, du Drecksack? Komm dich auf, ja? Bleib stehen. Da. Jetzt langsam, Ufi. Mach keinen Scheiß. Obwohl, mal eine Sekunde. Hier. Fünf. Äh, Jäger. So. Verdoppte Länge, Kochzutaten? Nein. Du versuchst keine Bewegungsgeräusche. Selbst wenn du läufst. Nice. Ähm. Okay. Gut, das soll uns ja helfen. Können wir irgendwie mehr Schaden machen? Krieger? Markierte Feinde. Okay. Ich mach keine Geräusche mehr. Also kann ich so laufen. Okay. Ich hab dich gleich. Nee, Leute. Verpisst euch. Okay. Jetzt möchte ich euch aber looten. Wenn ich euch schon gekillt habe. Danke für die Gaben. Oh, schön. Loot den einfach. So, zack. Jetzt will ich was Goldenes. Oh, 100 Dach und 40 auch gut. So, jetzt bist du dran, mein Lieber. Nee, zu weit. Ich seh gar nichts. Jetzt. Hat mich gesehen. Boah, das wird lange dauern, glaube ich. Dieses Fisch ist einfach zu schnell. So, jetzt aber. Digga, bleibt doch stehen. Oder lauf zu mir. Xen. Dahinter. Boah, ich hasse dieses Fisch. Digga, wir sind doch nicht im Jagd-Simulator. Das möchte ich einfach kellen. Es wird nicht wehtun, mein Lieber. Glaub mir. Ha, ist halt alles weg, ne? Die sind halt alle weg. Scheiße. Hier ist aber eine ganze... Oh mein Gott, da. Ich habe ihn nicht getroffen. Und er haut ab. Oh Gott. Das kann lange dauern, Leute. Da muss eine ganze Herde... Wenn ich die jetzt nicht treffe, da ist es nicht aus. Da. Haben die gerade ab? Oh Mann. Komm, Ophi. Du bist ein Jäger. Glaubt daran. Wieso sind die so scheu? Ich glaube, das sind aber echt seltene Tiere. Deswegen. Deswegen sind die auch so scheu, glaube ich. Probier's mal. Ein bisschen höher. Ich habe ihn getroffen. Ich treffe nicht. Und die auch noch wieder ab, natürlich. Liga. Uh, ich lasse gleich aus. Hallo? Ist da jemand? Halt die Goyle. Wir sind hier auf der Jagd und du sagst, ist da jemand? Komm schon, Alter. Hier jetzt, bitte. Komm jetzt. Komm, das kriegen wir jetzt. Noch ein Versuch. Ich treffe den nicht. Oh, der ist gestorben. Nice. Oh mein Gott, Alter. Hi. Was? Versteckt? Äh. Äh. Digga, das war eine Millisekunde. Leck mich. Mal noch ein Versuch. Ich habe noch nie so etwas gesehen, Alter. Dass eine Jagd so ansteigend sein kann, das ist ja unglaublich. So. Also killen und direkt hinrennen. Deck vorne. Komm. Komm, 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 komm. Yes. Danke für die Gaben. Boah. Ich spreche ich nur zu sehen. Ja, ausgezeichnet. Ja, ausgezeichnet. Sehr schön. Die Sachen sind Gold, war schon klar. Tiff Anufi in der Krankenstation des Versteck des Widerstands. Wo ist unser Widerstandsversteck? Hier, oder was? Äh. Reise. Jetzt hat es so lange gedauert, gerade. Genervt hat es mich schon ein bisschen. So, wo ist Anufi? Ja. Was ist das? Brustschutz. Sie verbringt verdammt viel Zeit in den Linkbett. Wo ist denn die jetzt? Da hinten. Hoffentlich laufe ich nicht dick. Ist das du hier bist. Bleib wachsam. Ah, das Fett. So schön dick und weich. Eine Heilsalbe, die Verbrennungen lindert. Sanft, aber wirkungsvoll. Raumwanderer, ich kenne dich. Du brachtest Himmelsmenschen und nahmst unsere Kinder. Ich sah dich in Mukasas Erinnerungen. Er hat euch zu den Sarentu geleitet, um sie zu töten. Nein, nein, nicht um sie zu töten. Alma! Du warst da? Brachtest Mercer zu uns? Mercer's Schule? Das Telos-Programm? Es sollte Leben retten. Na, wie und Menschen? Ich wollte nur helfen. Du hast unser Leben gestohlen. So wie alles andere auch. Ich wollte sie stoppen. Ich... Nein! Was? Weg von mir! Lass es bluten. Werde nicht zu dem, was du hast, Noor. Es muss sterben. Lass sie sprechen. Warum? Sie ist schuld an allem Leid, an jedem gebrochenen Knochen. Hat unsere Familien getötet. Ahari! Ich wollte nie töten. Dann erklär sie... Wir wissen es! Das wolltest du, oder? Rache an den Menschen! Rache? Das ist keine Rache. Du kannst nicht klar denken. Wo soll das enden? Das sind unsere Verbündeten. Sollen alle sterben. Ah, ich bin wieder weg, dann. Du, du, du musst die Wahrheit sehen. Bitte. Der Kreis der Ahnen kennt die Vergangenheit. Gehe mit Aeva durch die Erinnerungen, bevor es zu spät für dich ist. Also die Handlung war gerade sehr zäh. Ich habe alles gesehen. Gut. Es ist endlich Zeit. Für die Wahrheit. Ich bin bereit. Oh. Erinnerungen, die ich vor langem weggesperrt habe. Vor mir selbst. Vor dir. Meine Schuld. Es ist eine Schande für mich. Aber ich muss die Wahrheit sagen. Endlich. Ich erinnere mich. Es war aufregend. Endlich die Sarantu zu treffen. Ich sagte mir, dass wir etwas Gutes taten. Doch es endete anders. Ich sehe den Weg nicht. Hilf mir. Entzünde die Signalfeuer für meine Erinnerung. Alter, wie das aussieht. Crazy. Alter. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Oh. Sexy Dance. Schade, wir konnten es gar nicht genießen. Molkasa sagte, dass ich hier die Sarantu finde. Aber... Hey, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir wollen doch nur reden. Brauchen wir so viele Soldaten? Das ist unsere letzte Chance. Sie verstehen einfach nicht, was wir für ihre Kinder tun können. Es geht um die Kinder. Ja, exakt. Wir können viel erreichen. Endlich. Wir helfen Ihnen. Lachen Sie es. Hier war es früher so schön. Oh yeah. Und dann sind wir. Haben Sie geil gemacht. Geil animiert. Gefällt mir. Warte, lauf mal was. Tschüssi. Oh, das sind die Kinder. Oh. Da sind die schon mit Warten. Durch das Maß. So ein Gewerb habe ich noch nicht gefunden, leider. Ich brauche mehr Licht. Sieht da cool aus. Eine coole Idee. Nein. Lass mich mit ihnen reden. Was tust du denn? Lass sie nicht weg. Im Wald finden wir sie nie. Wollen wir alle vor. Wollen wir alle vor. Ja, das war. Ja, das war. Ich, äh. Ich gab immer vor, nichts zu wissen. Ja, Egoismus macht alles kaputt, meine Liebe, Alma. Nein. Ah, Harry. Ich. Ich musste mich auf euch konzentrieren. Die Kinder. Dann geht's hier weiter. Die Kinder. Jetzt weiß ich, dass ihr vor uns Schutz brauchtet. Wir wollten die Schule. Kaste zinkert. Das Programm. Voll gruselig. Aber nur die, die anderen nicht. Euer Clan. Na doch. Soll es sein. Also tötet mich. Voll rützig. Selbst dieser Tod wird mich nicht von dem Verbrechen entlasten. Der aber nicht. Dass wir hier beginnen. Alter. Die Navi werden uns nie vergeben. Nie. Sie werden es nie erfahren. Hier. Nimm das. Keine Sorge, Kleine. Hä? Verschatz dich. Wie kann man die? Hä? Das sind doch keine Babys. Ich kann mich doch an alles erinnern. Lustig. Na ja. tschüssi also ich finde sie hat eine bestraftung verdient aber nicht den tod begraben wir sie es begraben wir es ich nehme es abgeschlossene enthüllung haben genug drama gehabt das reicht für diese folge punkte gut machen wir im nächsten video weiter leute das ist leicht ich danke mich fürs zuschauen hier was süßes für euch noch hallo jetzt geht's dir gut also ich kann nicht hin ja auch so zahlen gewesen ist aber süß die kleinen was fristen wir da dass sie kacke ist was du da ist aus wie fleisch aber ist die pflanze ist aus wie viel verlegen naja oder wir sind durch dank fürs zuschauen ciao